hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder euer dennis westermann vom cube tribe tonstudio in oldenburg und der mix manufaktur ich grüße euch zum zweiten video aus der reihe how to export audio genau also hier geht es darum wie man einen multikanal export aus ableton live macht vergangenen video habe ich schon mal für cubase erklärt jetzt eben für ableton warum wollen wir erst mal vorweg warum könnte man einen multikanal export haben wollen das kann verschiedene gründe haben zum beispiel dass ihr vielleicht die door also eure digital audio workstation oder sequencer programm wechseln möchtet das kann verschiedene gründe haben zum einen weil ihr zum beispiel hier in ableton gerne produziert und komponiert und sagen wir mal in cubase oder logic lieber mission möchtet alternativ kann das zum grund haben zum beispiel dass ihr einen professionellen mix und mastering service wie die mix manufaktur beauftragen wollt eure songs zu mischen für euch und dann auch zu mastern dafür gerade fürs mischen brauchen wir auf jeden fall die einzelnen spuren von euch genau darum geht es jetzt wie könnt ihr das als einzelne spuren exportieren euer projekt so also dazu um das zu zeigen habe ich jetzt mal ein ableton projekt aufgemacht in dem wir jetzt gerade letzte woche noch hier gearbeitet haben ja ganz normales kleines arrangement so im prinzip ist es ganz einfach in ableton was zu exportieren und es genauso einfachen multikanal export zu machen also als erstes wie bei den meisten sequenzern muss man erstmal den bereich festlegen den man exportieren möchte in dem fall ist es hier oben über diesen loop bereich macht was hier in ableton ich würde auf jeden fall empfehlen hinten etwas mehr platz zu haben mehr platz zu lassen damit zum beispiel hall fahren oder delays die da eventuell noch auf den spuren sind auf jeden fall platz haben auszuklingen und die paar mb machen den cool jetzt auch nicht mehr fett beziehungsweise wir schneiden dann hinten die stille natürlich weg wenn wir das höre ich mir schon oder master genau also den lokator bereich hier oben den loop bereich groß genug wählen das war es dann quasi auch schon auf dieser seite ich würde euch normalerweise empfehlen immer so wie hier jetzt master kompressor oder so er zu deaktivieren also das habe ich hier tatsächlich auch gemacht ich habe den ausgeschaltet weil ich das im mastering hier mit unseren hardware kompressoren dann hinterher noch gemacht habe den hatte ich quasi jetzt nur obwohl es auch ein super klingender kompressor ist ich liebe den wirklich habe ich den trotzdem hinterher durch ich glaube unseren fatso oder den api hier als hardware ersetzt und dann exportiert ohne diesen kompressor wobei da habe ich ging es auch ums mastern und nicht ums multikanal mischen wenn wir ein multikanal export aus ableton machen wollen dann gehen wir ganz normal hier auf audio video exportieren dann geht diese smarte kleine fenster auf dafür lieben wir alle e bilden es ist alles einfach erklärt und total intuitiv einmal hier oben was möchten wir exportieren gerenderte spur in den meisten fällen würde man natürlich das einfach den master exportieren und das dann hinterher als mp3 rendern oder so wenn ihr das natürlich extern mischen möchtet oder ihr möchtet das vielleicht bei euch mischen in einem anderen programm dann brauchte ganz einfach alle einzelspuren und das war es dann quasi auch schon dann würde ich dringend empfehlen dass nicht unnötig zu konvertieren das heißt wenn ihr so wie wir hier in 44 1 und 32 bit arbeitet dann lasst es in der auflösung und und gut ist wenn ihr in 48 oder 96 arbeitet warum auch immer dann lasst es auch in der auflösung also das hin und her konvertieren macht es wirklich nicht besser genau das heißt wir stellen hier einfach nur auf alle einzelspuren den bereich haben wir vorher ja festgelegt den könnten wir hier jetzt auch noch verlängern bis 17 ging es glaube ich gerade genau looprendern brauchen wir nicht dateityp ist in unserem fall wave also wave passt meistens das geht auf beiden systemen ich ff macht manchmal auch den windows systemen probleme darum würde ich immer empfehlen wave zu nehmen wie gesagt 44 1 ist fast immer ausreichend außer vielleicht für eine dvd produktion wo wir 48 oder 96 kilohertz haben aber hören tun dass die wenigsten bis keiner 32 bit passt schon viel hilft viel so die anderen optionen hier die ditta option gibt sie ähnlich analyse fall brauchen wir nicht normalisierung auf gar keinen fall zum mono konvertieren möchten wir auch nicht soundcloud und video brauchen wir nicht und dann müssen wir quasi nur noch auf export drücken dann fragt er uns wohin soll das ganze gehen ja ihr speichert das irgendwo hin und dann habt ihr dann später sowie hier jetzt get back to the groove und dahinter ein strich mit der bezeichnung der einzelnen spuren das war es quasi schon so einfach ist das in ableton ich wünsche euch viel spaß damit wir freuen uns auf eure anfrage und bis bald euer dennis westermann vom cubetrap tonstudio und der mix manufaktur aus oldenburg ich vermöge sie euch 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 Vielen Dank.